Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Immortals Fenyx Rising. Dann wollen wir mal mit dem in Anführungsstrichen Rätsel weitermachen. Mit dem Gehopse. Das können wir aber hier außenrum, ne? Warte. Ah, ganz außenrum, natürlich. Jetzt denn auch anders sein sollen? Ah, jetzt aber. Na, geht doch. Das will ich alles dafür machen, ne? So. Genau, das war das, das ist das. Hier, ne? Komm. Gehen wir mal da hin. Immer schön, das machen, was in der Nähe ist. Dann kommen wir schon zu den anderen Stellen irgendwann. Das können wir auch gleich mitnehmen, ne? Was? Achso. Ja. Schrei du mal rum. Na gut, dann machen wir doch den zuerst. Ui. Das ist krass. Ich glaube, das gefällt mir. Ja. Na, wie ist das etwas? Oh, cool. Hab ich das? Na, das muss trotzdem warten. Ich will noch ein bisschen mehr haben, als nur das. Ich laufe noch nicht für eine Sache wieder zurück. Zum Aufwerten. Kannst du knicken. Wenn, dann muss da schon mehr rausspringen. So. Und welcher Schwierigkeitsgrad? Oh ja, zwei. Das geht. Ist in Ordnung. Ah, das ist schon wieder sowas, ne? Einmal kostenlose Heilung. Ja. Ich glaube, das ist entspannend. Wir waren zwar eigentlich nie ein Fan von Arena-Campen, aber, äh, irgendwie sind die hier besser gestaltet, als die, ähm, Job-Run-Einlagen. Und das macht sie erträglich. Und da das Kämpfen mir ja hier auch nicht so schwer ist. Und die Gegner einigermaßen in Ordnung. Ja. 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 Das war jetzt ein beschissener Spawnpunkt. Das war jetzt schon. Na komm, das nehmen wir auch noch mit. Das würde ich definitiv auch noch haben. Was? Vom Hühnchen! Wo kamen die ganzen Hühner her? Kommt man sich ja fast vor wie ein Fahrtfall 6? Nein! Ja komm, lass dich mal fallen. Was für eine Idiotin! Ist ja einfach runtergeflogen. Also, ne? Dieses sinken lassen. Ah, nee ey. Das wollte ich eigentlich nicht. Muss aber nicht alles nur von vorne machen, oder? Ja. Ich meine, die Hühnchen sind kein Problem. Nein, muss ich nicht. Okay. So, jetzt aber mal vernünftig. Geht doch. Keine Ahnung, was gerade in sie gefahren ist. Aber jetzt können wir die Truhe mitnehmen. Beziehungsweise die Hühnchen halt. Uh. Na wenigstens ist was Schönes drin. So. Ja. Und wir holen den Blitz. So. So. Davon ist er ja. Nimm ihn mit. Ja, sehr schön. Nein, dran vorbei. Ja. Die Perspektive ist auch echt komisch. Naja. Und dicht. Gut, dann können wir gleich das Ambrosia auch mitnehmen. Es sollte hier nämlich auch in der Nähe sein. Ach, da oben. Ah, da. Jetzt sieh's. Jetzt sieh's. Denk schon, denk schon, ne? Wir haben ja Zeit. Auch wenn das nicht immer gut, äh, was Gutes bedeutet. Ähm. Hier. So. Vorne ist der Nächste. Kommen wir gleich rüber. Ups. Na, ich sehe davon noch nicht so viel. Ah, ja. Lustig. Achso, okay. Also kann ich da ruhig rüber. Nice. Du beeindruckst mich damit keineswegs. Also wenn das der Ziel war. Ah, ja. Hier ist wieder sowas. Auch von welcher Seite muss ich anfangen? Ja, von hier wahrscheinlich, ne? Da müssen die ganzen Leute stehen. Ich glaub, die stehen von Schlange. Hier gibt's was umsonst. Ich spüre es. Vielleicht ja ne Tracht Prügel. Good to go. Ah, schon wieder am falschen Ende gestanden. Schade. Ich dachte, weil die ganze Meute hier stand, wäre das das richtige Ende, aber... Haben sie mich doch wohl in ihre geführt. Ah, hier sind auch mehr Leute. Hier ist aber jetzt der Sonderschlussverkauf, hm? Ja. Ich hab's doch groß. 40% auf die Kloppe. Fenix-Schwert scharf sein. Und so treffsicher wie eine Amazonenkriegerin. Die Meisterinnen des Burgens. Ah, ja. Aber sie ist kein Vergleich zu meiner Enkelin Hippolyte. Der Königin der Amazon. Fenix kann ihr nicht das Wasser reichen. Ah, ja. Na, danke. Sehr nett. Das ist sehr nett. Dann gehen wir erstmal da. Ah, wer wie wo was da? Hoffe ich doch. Ach, der wäre auch nichts... Egal. Naja, eh dran vorbei. Ach, da! Hup. Nein! Hä? Okay, das muss ich erstmal... ...anscheinend gedönsen. Ach so, okay. Ah, ha. Okay. Was? Ah, ja. Hey! Danke. Entschuldigung. Okay, ja, nee. Das muss erstmal... ...wie auch immer. Kriegt denn das da weg? Hm. Weil mit dem Dings kriege ich ja nur das, äh... ...ja. Ne? Aber nicht das weg. Komisch. Na, vielleicht muss ich erstmal das hier machen. No, komm mal her. Ja. Ah, noch mehr zur Party eingeladen. Ah, nee. Ach so. Ah, ich dachte schon. Ah, okay, ja, gut. Das ist dann doch einfacher. Ist da noch einer? Ja. Okay. Da ist noch einer irgendwo. Ah. Trickser. Was für Trickser. Das erklärt immer noch nicht, wie ich das da oben freikriege, ne? Hm. Ja, das ist immer diese Sache, ne? Mal, mal sind die Sachen so easy und dann machen sie dann wieder so, so... ...so was rein. Ich will nicht sagen, dass das knifflig ist, aber es ist halt so... ...weird. Das hält, ne? Komisch. Ich meine, denkt man sich, warum... ...warum und wie und... Ach da. Siehste? Warum und wie. Ah. Ah, komm. Nein. Oh, Phoenix. Blödes Miststück. Wenn ich auf der Stelle stehen bleibe, dann kannst du auch auf der Stelle stehen bleiben. Muss nicht weiter nach vorne gleiten. Dann würde ich ja nach vorne den Stick drücken. Ah ja, okay. Diesmal nur einen. Wie viele brauche ich hier eigentlich noch? Ich frage mal für einen Freund. Nein, ich frage für mich. War gelogen. Antwort hätte ich trotzdem gern. Ah, noch zwei Stück. Wahrscheinlich das, ne? Warte mal, was haben wir denn da? Ah. Ah. Oh, hier beginnt das, oder wie? Das kann natürlich auch sein. Nee. Das ist wieder was anderes. Warte mal, was geht denn da weg? Ah, da. Okay. Muss ich erst mal gucken. Da muss man doch erst mal gucken. Und da oben war noch was. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Oder mach ich damit dann das frei und dann kann ich das machen. Hm. Gucken wir mal. Kann ja sein. Na? Na? Na, wenigstens kannst du rübergreifen. Sehr beruhigend. Dass du dir nicht den Kopf stößt. Okay, hier ist das. Das muss ich definitiv davon weiter wegschießen. Dann muss ich da rüber, ha? Oder? Na, gucken wir mal. Ah ja, hier. Guck mal. Sind ein paar Freunde aufgetaucht? Guck mal, die freuen sich. Ah, okay. Weird, but okay. Ah. Ah, hab ich mir gedacht. Gut. Theorie bestätigt. Damit gehen die Dinger weg. Jetzt können wir das machen. So. Jetzt geht das auch ganz easy. Wenn wir keinen auslassen. Dann aber hier durch. Hier durch. Nach oben. Noch ein Stück. So. Da siehst du. Funktioniert eben doch. Ja. Weißt du noch als Herakles für eine seiner Arbeiten Hippolytes-Gürtel beschaffen sollte? Ich will nicht über Gürtel reden. Vor allem nicht über den meiner Enkelin. Auch ich habe Grenzen. Das ist mir neu. Das ist mir aber auch neu. Normalerweise redet er doch immer über seine Eskapaden. Na ja. Na ja. Ach, hier ist ja auch noch was. Ups. Jetzt habe ich alles gemacht, außer das, wofür ich eigentlich hierher gekommen bin. Na ja. Ist ja nicht so wild, ne? Ist ja nicht aus der Welt. Hä? Okay. Okay. Das ergibt jetzt mal so gar keinen Sinn. Hm. Naja. Wahrscheinlich kleiner Shortcut, aber... Der bringt mir ja nichts. Glaube ich. Ah, da unten. I guess. Au, ich sehe da was. Ich sehe da was. Und ich will es haben. Sehr schön. Ach, hier ist es, ne? Oh. Das war jetzt ein Stück zu weit. Ja. Wo soll ich denn da hochkommen? Naja, nee. Das kriege ich nicht so nicht hin. Der Doppelsprung bringt mir hier nichts. Nicht wirklich. Ich brauche hier was zum draufstehen, glaube ich. Bevor ich den Doppelsprung benutze. Hm. Es sei denn, es fehlt mir noch eine Fähigkeit. Ja, nee. Wenn ich das noch nicht machen kann, dann... Machen wir den Marker weg und gehen woanders hin. Dann ist das so. Äh, ja, hier, ne? So eine nette Truhe. Ist ja auch immer ganz praktisch. Ja, nee. Dann so. Warte mal. Hier war doch irgendwo so diese unsichtbare Brücke, oder nicht? Ah, also auf der anderen Seite. Egal. Fliegen wir halt rüber. Sollte ja auch funktionieren. Joa, siehste. Klappt auch. Das klappt schon. Warte mal. Hm. Nö. Ah, hier. Oder? Warte mal. Nee, Tatsache nicht. Schade. Dabei sammle ich das doch so gern. Naja. Schauen wir mal. Ach, nö. Ja, au. Ja. Ja, Pferdchen, ich mach doch nichts. Alles gut. Ist ja mal wieder ärgerlich. Ist das hier überall drum, oder ist das nur da? Würde ich gern von hier aus. Na komm. Nee, ich glaub, das ist hier auch. Ah, ist das nervig. Ich hab ja noch nichts, womit ich da rüberkomme, hm? Ja, ähm... Machen wir das doch anders. Mal schauen. Vielleicht kommen wir ja von da aus dahin. Wenn nicht, dann können wir das andere machen. Uah. Einfach kurz anders hinsetzen. Na ja. Nee, da komm ich von hier aus nicht hin, ne? Nee. Na gut, dann nehmen wir das andere halt. Das hatte ich, glaub ich, mit dem Marker, ne? Ja. Okay. Ja, wir finden ja immer was. Nö. Gibt ja immer was zu tun. Ja, wir finden ja immer was zu tun. Naja. Njaaaa. War jetzt nicht so intelligent, aber gut. Passt schon. Na, ich hab euch auch schon gesehen. Ich komm mir her. Geht doch! Na, warte mal. Ich muss wahrscheinlich wieder das hier machen, ne? Nein! Ah, ja, muss ich aber. Schon wieder. So dämlich. Na. Na. Wo zielst du denn immer hin? Mit deinem blöden Sprint da. Ach, ist das nervig. Ja. Du musst wahrscheinlich hier ganz vorne knapp dran stehen, ne? Nein! Nur mit Rute. Na. Ja, jetzt hat's geklappt, aber wir standen zu weit vorne, dass es wieder den Auslöser gedünst. Bleibt doch mal mit der Stehenspitze noch drauf stehen, nein. Irgendwie. Hm. Ist da denn noch eine Steigerung von dem Dings? Von dem Sprint? Äh, warte. Ja, ich sollte aber doch bei den richtigen Dings gucken, ne? Wahrscheinlich. Ah, nee. Das ist ja keine Geschwindigkeit. Das auch nicht. Ja, das aber auch nicht. Hm. Hm. Außerdem haben wir nicht... Oh doch, haben wir. Vor grad sagen, haben wir nicht genug Münzen, aber doch. Die haben wir. Immer diese Sachen, wo wir grad nicht rankommen, ne? Du sollst den Marker wegmachen, du Idiot. Ja, egal. Kannst du auch wegmachen? Naja, so lange geht der Part ja auch nicht mehr, dann können wir so langsam wieder, ne? Das ist echt frustrierend. Das ist echt frustrierend. Das ist frustrierend. Oh, warte mal, da vorne gibt's was zum Sammeln. Etwas frei verfügbares zum Sammeln ist ja auch selten. Das ist nicht eingeschlossen oder eingesperrt oder weiß der Geier. Was ist? Ja, ich komm ja schon. Bin ja auch unterwegs. Bis zum Sammeln. Ui. Wo ist jetzt? Ach da. Ich kann sagen, wo ist die Truhe. Aber das ist hier. Komm, Will mit. Vielleicht können wir dann auch wieder was machen. Oh, okay. Der Name ist überhaupt nicht inspiriert von einem anderen Spiel. Ähm, ja. Weg machen. Da kommen wir noch nicht ran. Ich würd sagen, hier, ne? Komm mal ran. Ich glaub, der Typ wiederholt sich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, den Spruch hab ich schon mal gehört. Na ja, dann kann er ja gar nicht so gefährlich sein. Wenn er sich noch nicht mal mehr neue Sprüche einfallen lassen kann. Echt armselig. Sagen sogar die Pferde. Na, komm. Was macht ihr denn hier? Ja. Das ist ja. Ich würde mich noch mal wiederholt. Das ist ja. Ja. Ich würde mich noch mal wiederholt. Ja. Ja. Na? Ach. Siehste. Geht doch. So, wofür hab ich das jetzt gemacht? Ist die Truhe schon in der Nähe oder war das jetzt einfach nur so? Na, ich glaub, das war einfach nur so. Naja. Wir kriegen ja was dafür, also von daher passt das schon. So, das Amorose nehmen wir auch gleich mit. Ich würde sagen, das nehmen wir sogar zuerst mit. Weil es da schon so convenient vor uns ist. Ach, Mensch, komm. Soll sich mal nicht so anstellen. Jetzt muss ich den auch noch mit Pfeilen abschießen. Nur weil er mir hinterher gerannt ist. Idiot. Ja, geht doch. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel brauchten wir eigentlich noch für, ähm... ...next one. Ich glaub, wir haben schon wieder. Nice. Nice. Ja. Ja, sehe ich genauso. So, das hätten wir auch. Die nehmen wir auch mal kurz mit. Ah, hier ist noch einer. Wo hast du dich denn versteckt? Was soll ich denn sagen? Dann geht das Ding ja nicht auf. So, wo ist hier noch einer? Na ja, gucken wir mal. Irgendwas muss doch hier schon wieder sein. Ach, da hinten. Ja, ja, ich sehe schon. Schwan schon wieder. Böses. Nein! Ja, genau. So. Ich glaube, das war ohne Timer. So hätten wir das nie im Leben hinbekommen. Diese blöde Schwimmerei, ne? Diese blöde... Ist das doch mit Timer? Okay. Okay. Da hatte ich wahrscheinlich einfach nur Glück. Aber diese blöde Schwimmerei. Äh... Da. Wo bist du denn nach da oben? Habt ihr schon nicht gesehen? Jetzt schon. Na, da kommen wir auch hin. Einmal hochgeklettert und fertig. Nö? Obwohl, ich könnte eigentlich erst mal nach der Zeit gucken. Wie viele Minuten wir überhaupt noch haben. Ah, erst mal klettert dann mal hoch. Ob sich das überhaupt lohnt, den Dings zu machen oder nicht gleich in den Olymp zu reisen für die Verbesserung? Warte. Ohne Momento? Ja, ich glaube, es ist eher besser, wenn wir nochmal die Dings abgreifen. Die Verbesserung, die eine Minute. Nö? Ich glaube, ich glaube, ich habe auch heute wieder genug von Phoenix Rising. Ach ja. Das ist kein Spiel, was man durchwünscht. Leider. Leider. Dabei war die Demo damals ja so, äh... Verheißungsvoll, ne? Die war so gut. Und dann ist da so ein Spiel draus geworden. Nein. so will ich nicht ich mache nur das so oder verbessern wir mal einmal rein damit ich weiß wenn ich wieder aus der flüssigkeit werden soll aber sie kriegt es irgendwie hin und bekleckert sich jedes mal naja so was können wir eigentlich noch machen haben wir hierfür genug so was würde ich denn machen wollen die große frage ja hier ja mach mal dann war das hier voll da muss ich zwar wieder sammeln aber ja das ist mir wert das können wir auch noch schnell machen ja ja das ist noch zu wenig ja entweder das oder das ja komm hier die helme ne gehen wir einmal wechseln wir mal rüber einmal das und einmal das gut dann war das auch und dann war es das glaube ich erst mal freude ja komm neues ja genau ich glaube blitzer haben wir noch nicht genug ne ach ne wir können doch die charon münzen ein lösen das können wir auch noch schnell machen ähm hier ist mir aufgefallen dass wir das ja auch mitnehmen können dann haben wir das hier mit einer zu wenig na gut dann nehmen wir das noch mit na aber das nehme ich auch ne was man mitnehmen kann nehmen wir mit genau schlürf mal raus wie gesagt ich glaube hier haben wir noch zu wenig ja sieben brauchen wir insgesamt ja es fehlen noch drei ok aber ich würde es doch trotzdem sagen wir speichern und hören dann erst mal mal auf na komm maximale speicheranzahl gut dann einmal hier nehmen wir mal ein paar weg nehmen wir mal welche weg was für eine frechheit gut na die ersten brauchen wir ja nicht mehr so können wir jetzt wieder speichern gut ich würde sagen dann beende ich den part wir sehen das dann hoffentlich auch beim nächsten mal wieder war bis dann bei 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 Hey